Hallo! Kennst du das Spiel? Ich hab Angst. Ja, ich auch. Helfen Sie mir! Ich hab's doch bloß ein 6 oder 6 plus oder 6 plus. 6? Was? 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 Geht um? Ja. Auch 6 du, ja? 6 plus. Rot, K6. 1. 1. 2. 2. 1. 2. Sehr schön! Und strecken! Ok... So, pass auf, ihr trotz ein bisschen fester! Ja! Das kennst du von zu Hause. Weiß ich nicht! Bist du dir sicher? Hast du dir noch was zu sagen? Weiß ich noch, ich erlebe dich dann später im Nachhinein. Ero, ne? Gleich haben wir Spaß. Info für euch, Special Guest. Special Guest! Ja, Mann! Ja, Mann! Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Flug. Ja, ich komme noch mal wieder. Ja, bitte! Tschüss! Und tschüss! Da ist er! Ja, Mann! 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 Ja... Ja! Ja, Mann! Ja, Mann! Wir haben heute noch ein Grillerchen bei Flo und Maddy. Jetzt sind wir mal ein paar Scheiß-Kollegen. Wir haben gedacht, du schaffst nur eine Rolle. Den Hut ist doch mal ein bisschen durch. Das habe ich alles. Achso, du hast die ganze Rolle. Wir haben hier auch noch einen Absturz. Das kann ja nicht wahr sein. Was soll ich sagen, ihr beiden? Es war sehr schön, wie immer. Sehr schön.